Hey Leute und willkommen zur ersten Runde der Gruppenphase. Ab sofort kann jeder von euch die Bauwerke mitbewerten. Dies geschieht natürlich anonym, damit kein Teilnehmer bevor oder benachteiligt wird. Da 32 Leute ihre Plots beendet haben, wurden diese in 8 Vierergruppen aufgeteilt. In jedem Video werden euch nun jeweils 2 von den 8 Gruppen vorgestellt. Auf unserer Website könnt ihr dann jeweils einen Plot aus jeder Gruppe eure Stimme geben. Das Voting ist noch bis zum 27. Dezember um 19 Uhr geöffnet. Falls ihr euch die Plots noch etwas genauer ansehen wollt, könnt ihr das natürlich auf unserem Server tun. Die Gewinner werden dann voraussichtlich am 30. Dezember bekannt gegeben, also seid gespannt. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Und jetzt viel Spaß mit den Gruppen E und F. Jetzt könnt ihr euch noch die anderen Gruppen ansehen und dann direkt zum Voting auf unsere Website gehen. Wenn euch unser Wettbewerb gefällt, lasst uns doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, sind wir an denen sehr interessiert. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.